noch mal noch mal ist noch schon mal 24 oh gott ja dann müssen wir gleich mal den server wechseln also eine runde können wir ruhig noch machen aber jetzt haben wir die behinderte seite ich hasse das wenn du so ein timer am anfang ist damit die leute was ich mit meiner ssd bin auf dem kampffeld bevor irgendwie jeder andere spaß die noch da ist auch der schatten und und um das war 20 er wird noch ein geht überhaupt nicht er hat einfach auf dem haus und das ist ein weiterer ich gehe schon mal zu a Oh 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 Okay Aggert uns Ach nö Ich will mich mit der Igler runtergehen Oh hier oben hängt ein Tank rum Geil Hab ich nicht gedacht, dass ich den kriege Wir haben einen feindlichen Panzer gesichtet, der zu euch unterwegs ist Er liegt da ernsthaft, aber ich hab ihn noch So Er liegt auch irgendwie immer Als er mich das letzte Mal in der Vorwunde gekillt hat, hat er auch gelegen Ach das ist unser Panzer Das Ich geh auf 10 Ich geh auf 10 Ich bin bei C und in nem Fahrzeug Wenn du zu mir kommst, dann kannst du das Geschütz bedienen Ja komm, ich komm mal rechts, rechts Ich bin hinter dir jetzt gerade Da hinten steht nämlich einer Ich bin gerade hinter dir Fahr mal rückwärts, fahr rückwärts, fahr rückwärts Mach immer in Mach schön innen an sich Da Und guck rechts, links Da 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 Das ist so super Da 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 Das ist so super Ich hab ein Stück Ach, hab einen Sehr schön Ja, ich glaub ich kann hier gar nicht runterfahren, oder? Komm ich mit dem Fahrzeug hier runter? Da hinten ist ein Tank, mit dem legen wir uns besser nicht an Ja, ich komm hier schon runter, nur was das eben gehört Das ist jetzt Ultra Premium Position Da kann man zu weh Da kann man zu weh Ja, ich versuch hier halt gerade einen Weg runterzufinden Hier, genau hier Hier geht's auch nicht weiter Ach Schaffen wir das? Schaffen wir das Achso, oh ja Ist sogar da Da stand einer Steht einer Warte, ich verrückte das Oh, links Links, links, links Da oben Da oben Ähm Auf den Treppen Da, ja ich seh' ihn, warte Fahren Weg ich Warte mal, wie kann man denn mal Ich fahr' hier mal rein Ja genau Da hat sich die ganze Decke gewallert Da hat sich die ganze Decke gewallert Eigentlich müsste der Ohohoh Ohohoh Da ist ein Panther Da ist ein Panther Da ist ein Panther Okay Wir müssen hier raus Oh, ah ja Raus hier Aber ist sowas von Deckung, Deckung 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 Gott sei Dank ist das nicht One-Hit der Fahrzeug Ja Wie soll man Boah ich hab den von hinten mit der Small getroffen Da ist nicht Oh, du bist da Ach so, ich kann von uns nicht machen Wir haben eine Finder Ja und jetzt Ist eh klar, Mann Ist eh klar, du liest in meinem Medipack drin und ich kann ich nicht reanimieren Deswegen! Ey, das ist doch behindert. Nicht rennen gehen. So, ich hab ein bisschen was. Weiß Tank. Kann man eigentlich Boden-Luft-Raketen freisch halten? Ähm, für'n Little Bird? Ne, ich glaub das nur... Ja, erstmal hat er nur Luft-Luft, aber komm, das wär nicht geil. Oder einfach Random-Raketen, die du so abfeuerst, so. Ohne, ohne Anweserung halt. Weiß ich nicht. Ja, räum' mal auf, da drüben. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß. Und wenn ich schon direkt... Ah, fast. Genau. Eigentlich braucht man immer jemanden, der entsetzt. Ja, und das ist so ungünstig hier zu sein, wo ich gerade bin. Okay, raus hier. Nein, das gibt's doch nicht. Ach Gott. Bestimmt, nein, nicht alles. Unendlich. Okay. 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 ich habe gerade in der Cam noch gesehen, wie du umgebracht wurdest ist natürlich unheimlich witzig und so traf ich eigentlich, wer immer wieder so blöd in der Techlight spielt naja ja klar, aber wenn der Gegner dich anguckt, dann sieht er um dich herum einfach nur noch hell ja aber auf weite Entfernung weiß, sieht man dann halt rein sofort ich habe schon so viele Sniper gefunden, nur bei den Techlightern bringt halt so oft Closed Quarters, bringt das was, wenn so mega viele auf einem Haufen umrennen das stimmt, ja aber Sniper macht irgendwie nicht so viel Sinn aber du hast auch so größere Laps, also bei großen Flächen zielst du ja, keine Schaf, Mann, ja oh Tank, ah Gott, 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 das schaffe ich noch wo sind wir wo sind wir das gibt es nicht ja, ich bin doch äh, der fährt bei B rum sorry, ich hatte gerade Probleme ok, ich mach Infanterie Action ja, jetzt hm 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 Achtung, wir haben das Eintrachtziel verloren Osma hm 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 Aha hm mit der UMP 45 in den Containern brauchst du alles weg ja ok Arschloch Arschloch, wir kontrollieren jetzt alle sicheren und wir sichern ein, dass sie es aufwacht Hier ist ein Medikator Oh, noch 10% leben gerade durch die Option Ich schalte diesen Wasser an der Sonne Wir haben den Scheiß von der Sonne Wir haben den Scheiß von der Sonne Diese behinderte Sonne Sorry Ich glaube nicht Du benutzt DICE aber auch mal so als Aufputschmittel Die Sonne, oder was? So ein bisschen, ja, ein bisschen Grafikerweiterung ist das Ja, komm, prügeln wir mal in der Extra-Potion, ob du geflärtst mit rein und ein bisschen Blendeffekt und dann wird die Grafik geil Ja Cool wärs, wenn man die Grafik auf Low stellt oder wenns ne Einsch... ne Option dafür gäbe Slippst nicht weg, man Was ja auch, danke... Was ja auch krass umgesetzt, aber hier Flares und so sehen echt gut aus Das ist so ein Schatten und alles Da unten am Wasser sind sie Hinten Bei A? Ja, zwischen den Brücken Da Unten Ja, unten bei A eigentlich Ja, da unten Wow, das sind ganz viele Ich spawn bei dir Konzer Oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut Das gibt's doch nicht, Alter Ja, auch in weiter Entfernung ist die OMP, aber nicht so da Aber das schönste Achtung, wir haben einen feindlichen Zweimann, in den gefecht hat Ich bin noch helemaal verdammt Da hinten Das gibt's nicht Von, von dem, von nur mit raus, von dem Dabei spiel ich schon mit Dann ziehen wir noch ein Okay Hei, du bist wieder hergespillt, Mann Alter wie viele die haben mich dreimal gekillt diese behinderten Spasten die da ankommen Warte eins zwei viermal haben sie mich jetzt mann dann weißt du ich habe wieder erlebt da kommt ein Typ von hinten und ballert mir 50% weg ich check lang überhaupt nichts drehe mich um und ich bin weg war ein Noob Geil weißt du ich spiel schon mit einer Noobem Waffe und krieg's so auf die Fresse da oben sie kommen von da oben kommen mega viele ja und erholt mich halt doch mal genau ach da oben sind die das kannst du mir nicht anziehen sie gammeln immer noch ey das gibt's doch nicht und jetzt haben die ja noch nen Tank von uns geklaut und die haben zumindest keinen T90 bei sich in der Base stehen ja nur wir äh ne wir sind angreifend nicht mal ja stimmt ok dann haben wir den halt eben kein halt doch mal still jetzt mein Magazin wäre so jetzt gibt's wieder ok A wird gecaptured ja A ist safe ja ok so zwischen zwischen den A ne A ist nicht safe A wird von denen angenommen und ich seh nix weil diese scheiß Sonne mich blendet ja und er läuft mit einer mobilen Sonne umher hier und wer räumt hier gerade so übelst auf bitteschön guck mal her du fixfigur ja und er steht in der Ecke weißt du und kommt von der Seite an wenn wir uns zwischen den Containern nicht selber richtig gegenseitig decken werden ja kann ein einzelner Mann da alle wegkrotzen ja und b holen die sich halt jetzt auch noch gerade völlig in Ordnung völlig ok und der spawnt halt nicht du bist die die böse Sonne die böse Sonne und die böse Sonne das war eine Mischung aus beschissen und 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 blöde range mode activated blöde blöde nutzt man die MP7 Akku an die so weißt du ist ist unglaublich du hast keine Chancen du läufst nach A und hast nur die Sonne in der Fresse ja ja dann sieht man doch nichts du musst halt aus der Sonne kommen wenn man nicht anscope dann sieht man nichts ja du musst halt aus der Sonne rauskommen nutzt die Sonne zu deinem Fort ja wie denn wir haben ein Boot mitten auf A und weil er sich alle gerade ein Schüppel killt über ein B gemacht vom Boot ja geil Alter ist der Tank von uns der hier rumfährt bei A äh A ja ok ja hätte ich auch mal auf die Map gucken können aber ja 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 ich hab nur ne Lieblingswaffe ja 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 Boah, bomb. Bei halb kaputten Fahrzeugen kann man immer richtig schön abstauben. Machen andere die Vorarbeit und rufen. Stimmt. Die holen sich schon wieder B. Dann holen wir uns C. A B safe, ja gut. Abdecken muss man immer. Oh, 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 oh. Das ganze Magazin versemmelt und nicht einen Schuss getroffen. Kann sie mit der MP7 nicht mal Joe's Quarters spielen, ey. The King. Die holen sich B gerade. Ja, die werden gleich wieder abgelenkt, natürlich. Weil wir C einnehmen und dann... Der C ist schon fertig. Dann hängen wir uns wieder B und dann ist alles schön. Okay, aber B gammelt auch gerade nicht. Irgendwann kommt man zu. Gute Arbeit Männer. Mach weiter so, dann sehen wir bald alles in Ordnung. Wir haben einen feindlichen Panzer in eurem Einsatzgebiet gerichtet. Puh. Okay, HC. Weißt du was? Ich hätte mal wieder Bock auf BC2. Dein Ernst? Ja, so ein bisschen. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nichts. Was? Ne? Ja. Ich komme mit BC2 ganz gut klar. Ich finde das... Ich finde Band Company 2... Ja, gut, da bin ich aber auch noch mehr... Äh, schon mehr drin. Bei Band Company 2, da war ich ja richtig so... Könnte ich mich nebenbei unterhalten. Und... Obwohl Neger nicht war. Wenn ich auf dem Teamspeak war, dann... War das eigentlich immer eine Katastrophe, wenn ich bei BC2 unterwegs war. Aber ich habe auch kaum negativen Scores gehabt, eigentlich bei Dingsnummern. Immer irgendwie unter den drei Besten. War so total an, so nicht schön, aber hier, ey, das. Ja. Geht mir ähnlich. Alter! Das so, da ist ja deren Base, deswegen kommen die Alfen da. Wenn wir sie uns doch scheiße. Ich bin jetzt noch kurz im Fernsehen. Ja, ich glaube, die hat einen hohen Kugel-Ausport. Ja. Da sind die, äh, Kim und Korn, bei der ist aber ein Zugang. Ähm, A. Wo ist denn der Katastrophe? Ich... Brauche die Support bei A oder soll ich direkt zu B fahren? Ne, ich brauche die bei A jemanden. Also hier ist ein anderer. Da. Ja, ich bin auch bewegt. Ich bin ja wieder drauf und dann mache ich MG-Action. Okay, ich habe Support, ich habe Support. Da! Und da war noch einer. Ja. Ich bin ja noch auf der Treppe. Sehr gut. Achtung! Wir haben einen feindlichen Schaden. Ja, A ist safe. Ja. Safe. Sicher? Ich bin ja weiter. Ja. Ja. Okay, B. Okay, ich mache mich mal auf dem Weg zu B. Zu B, wie auch immer. Ja. Ja. Hallo Panzer. Ich gehe gerade direkt neben dem P90. Das wäre jetzt lustig. Ich habe einen feindlichen MG-Schützen in Nordgebiet gesichtet. Over. Ich habe einen feindlichen Säu... Achtung! Ich brauche die bei B Support. Okay. Ich glaube, dass hier jemand an mir vorbei snipet. Ein feindlicher Soldat wurde in eurem Gebiet gesichtet. Over. Ich bin auf dem Weg. Bei Dreck neben dir steht einer irgendwie. Jetzt zumindest. Oh, da ist hinter mir. Oh, da hat mir irgendwer gerade richtig den Arsch gerettet. Boah. Den Leute habe ich gerade von rechts weg gemullert. Ich glaube, wir sind blöd gelaufen, damit irgendwas geht. Denkt in der Halle. Auf der rechten Seite. Ja, ich habe gewartet, dass er da rausläuft, aber... Hat er nicht. Kam er nicht. Tat er nicht. Schon wieder einer in der Halle. Er hat zwei... Er hat einen wiederbelebt, dann. Er hat zwei. Ich habe einen. Ja, nicht. Aber auch. Vorsicht, da ist noch einer. Alter. Ja. Ich habe einen. Panzerabwehrschütze in eurem Gebiet entdeckt. Wiederhole. Feindlicher Panzerabwehrschütze gesichtet. Wiederhole. Feindlicher Panzerabwehrschütze gesichtet. Ah, in der Mitte bei B. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Wiederhole. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Over. Ja, hier war doch irgendwo eine Muckierung. Achtung. Gebäude. Also dafür, dass wir jeden Nachteil haben, also vom Schiff aus. Ja, wir haben einfach... Geht's ganz gut ab bei uns. Alter, guck dir den ersten Mal an bei uns in der Liste. 37,4. Der nächste 27,4 und der andere 34,3. Die fällt ja den ab, Alter. Natürlich. Die campen bestimmt in irgendwelchen Fahrzeugen, oder? Sie sind einfach... Gut. Ja. Kranker Scheiß, ja. Kein Wunder, dass wir so gut sind. Ich meine, guck dir die besten von denen an, oder zumindest die ersten. 11,19 und... 16,13. 16,20. Es gibt natürlich auch dann so... 105,10 oder so Sachen, ne? Hab ich auch schon gesehen. Jo, warum nicht? Soll ich den behinderten Leffenhunder da. Oder wenn du das Neigen richtig gut drauf hast, dann ist der theoretisch ungesiegbar, weil... dann irgendwo in der Ecke chillst. Okay, bei B ist einer abgesprungen. Ja. Hab ich. Sehr gut. Ach, du kannst mir den ganzen... Naja. Wie ich das gehört. Na klar. Ein Squad muss zusammenbleiben jetzt. Ach, unser Andermate ist auch sehr treu. Ach, er läuft mit mobiler Sonne rum. Ist ja nicht so, als hätten wir hier eine... Ja, das ist... Ach, das ist echt schlimm. Schultz. Oh, ich brauche bald Munition. Hast du Munition mit? Was? Das weiß ich nicht. Nein, ich brauche sie nicht. Äh, hier wird gesnipet, hier wird gesnipet. Von... D aus. Oh, oh. Jemand muss den Beschuss auf dich lenken. Ja, was, Maul. Hast du... Ja, ich auch. Sieben, ich weiß. In eurem Gebiet ist ein Panzerjäger. In eurem gebiet ist ein Panzerjäger. In eurem gebiet ist ein Panzerjäger. Drückt bitte mit eurem. Gefehl, sehr weit. Da unten ist einer markiert. Achtung. Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einten gesichtet. Hier. Hinten läuft einer auf dem Dach rum. Auf welchem Dach? Oh! Der snipert. Der ganz hinten bei B. Au! Alter Vater. Komm hierher. Mein Fahrzeug ist im Arsch. Kann mir jemand halten? In eurem Einsatz... Wir sind hier relativ safe, weil die Container hier rumstehen. Kann jemand mal mein Fahrzeug reparieren? Ja. Wo waren denn da? Da hinten? Der war hier markiert. Genau, wo wir ziemlich exzent. Achtung. Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einten gesichtet. Hier auf diesem Dach war er? Äh, ich glaub... Da ganz hinten noch. Da hinten auf dem Dach bei. Ah ja, okay. Okay, C wird übernommen. Dann wird zu tun. Squad ausrücken. Squad ausrücken. Bewegeung, Bewegeung, Bewegeung! Voll den Titan Squad, ey! Los, 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 los! Feindkontakt, rechte Seite. Äh, mobil oder Sniper? Hallo. Ich geh mal... Ah, ich war... gerade zu spät. Hab ihn! Ach so. Sehr gut. Aber hier ist irgendwo eine Spawnbarker von denen. Ah, mitten hier hin? Wer stellt denn die hier hin? Na doll. Gibt ihr uns? Nein! Ich kann die nicht zerstören. Dauert ein bisschen. Oh, pfff. Sorry, Granatsbestände. Okay, jetzt... Oh, B holen die sich gerade. Ähm... B, C, B, C, C, B. A, B, G... Äh, ich würd sagen C. Die Performance bricht gerade übelst ein. Na, bei mir auch. Ja, sicher. Okay, ich hab kurz einmal die Aufnahmen unterbrochen. Okay, bei C ist ein Tank, ne? Dann lass mal überlegen... Da musst du die Aufnahmen unterbrochen. Ne, ich... ich nehm doch auch wieder. So. Äh, dann lass mal... Lass mal...